Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klembaustein-Lyrik und einen Nachzügler von den neuen Harry Potter Sets gibt es noch zu verkünden, nämlich Dumbledores Büro. Die anderen habe ich ja alle schon vorgestellt und dass ich das konnte, das liegt daran, dass ich sie alle vorab von Lego als Rezensionsexemplar bekommen habe. Das gilt auch hierfür. Jetzt ist dieses Set auch schon seit einem Monat auf dem Markt. Ja, es kommen manchmal eben auch Dinge dazwischen. 654 Teile sind zwischen diesen Pappschachtel-Teilen übrigens. Knapp 80 Euro. Mal schauen, ob sich der Preis dann auch ab Herbst verändert. So haben wir jetzt erstmal einen Teilepreis von etwas über 12 Cent und das ist für die Harry Potter Welt schon relativ teuer. Ja, definitiv. Es ist immerhin das zweitgrößte Harry Potter Set, was, ja, also nicht generell, sondern was jetzt zum Hogwarts-Großensemble dazu gehört. Wir sehen, es sind auch ein paar Aufkleber dabei. Viele sind es nicht, aber doch ein bisschen was. Nur die Kammer des Schreckens, also sozusagen das Grundmodell dieses Reboots, das ist größer. Es ist aber nicht das erste Mal, dass wir bei Dumbledore im Büro mal zu Gast sind. Da gab es nämlich 2002 schon mal. Da bestand es aus 446 Teilen für 50 Dollar. Genau, einen Euro-Preis habe ich leider nicht finden können. Und wenn wir jetzt unsere 654 Teile in so anderthalb bis zwei Stunden zusammengesteckt haben, inklusive der sechs Minifiguren, dann sieht das Ganze so aus und dann haben wir auch sechs Minifiguren. Und die gehen wir jetzt mal einzeln durch, sind nämlich ein paar nette dabei. Nett, aber noch nicht herausragend, ist hier Snape, den wir sehen. Den hatten wir nämlich schon mal beim Zaubertrankunterricht, bei diesem Faltoobjekt, dem Moment Set. Und er hat leider nur seinen Oberkörper bedruckt. Das geht nicht rüber, runter. Das hatten wir ja auch schon mal zu den Beinen. Und er darf natürlich fiese gucken. Gleich doppelt. So gehört es sich für Snape auch. Und als nächstes, um ihm dann auch zu entgehen, wir kennen das ja noch aus der Geschichte, Snape ahnt was, aber er sieht ihn dann ja doch nicht, dank seines, und wir sehen es hier, sehr coolen Umhangs, der ihn hier unsichtbar macht. Der ist von innen wunderschön bedruckt, wie wir hier sehen. Und man ahnt ja auch schon, wer es ist, nämlich Harry Potter. Ja, den hatten wir zwar auch schon in dieser Form ähnlich, glaube ich, schon. Ja, macht aber nichts. Ist auch eine schöne Figur. Nicht jeder hat sie. Also ich glaube, die war auch schon beim Krammer des Schreckens zumindest so ähnlich dann dabei. Und er darf natürlich erschrocken gucken. Das ist auch okay, weil, ja, auf dem Weg zu Dumbledores Büro, und gerade wenn man da das falsche Buch aussieht, dann darf auch man etwas erschrocken sein. Das gilt auch für Hermine, werden wir gleich sehen. Die hat auch nämlich sowas ähnliches schon mal. Und ist auch nicht exklusiv. Das Fluffy-Set, da gab es sie nämlich auch schon. Und da guckt sie nämlich, ja, so halb erschrocken. Also Bücher kriegen sie nicht so aus der Bredouille, wie es bei Harry dann der Fall ist. Dann haben wir als nächstes den guten Dumbledore mit Rauschebart und Weiß. Setzt sich sehr schön von dem roten Umhang oder mit der roten Kleidung ab. Ja, das ist ja immer schon so für etwas ungewöhnliche Kleidung bekannt. Darunter ist es eher der Weihnachtsmann, wie wir hier sehen. Aber auch ein Wendegesicht, von dem man durch den Bart natürlich quasi fast bis gar nichts mitkriegt. Und Highlight ist eigentlich vor allem die Katze, die wir hier haben. Aber zuerst mal zu Filch, der hier mal nicht im Grauen Grau herumtut, sondern ein bisschen was Braunes hat. Und da geht es doch mal, dass das ganze Kleidungsstück auch durchgeht bis unten zu den Beinen. Und ja, der hat dann so diese Halbklasse. Aber ich bitte doch auf Mrs. Norris mal zu achten mit den Augen. Das war ja zeitweise doch eher die Phase, wo man dann die Katze als normale Katze dabei hat. Nee, hier haben wir sie mit stechenden roten Augen dabei gehabt. Also das ist cool, dass wir da jetzt eine echte Mrs. Norris haben. Ja, und richtig neu, sozusagen als Highlight, haben wir hier Irma, Irma Pinz. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, weil sie ist jetzt nicht so die Figur, die einem da ständig irgendwie entgegenkommt in dem Film oder auch in dem Buch. Sie ist nämlich die Bibliothekaren, die wir hier als erst zum ersten Mal haben, mit interessantem Hut, wo auch so eine Feder drin steckt. Da sehen wir auch von dem Hut, das ist nicht nur Hut, da hängt auch noch ein bisschen was vom Kopf dran. Ja, schöne kleine neue Minifigur. Dann haben wir wieder diese Sammelplättchen. Ja, wer ein paar von diesen Sets hat, dürfte die inzwischen wahrscheinlich voll haben. Nette Idee, aber eben auch nur nett. So, dann kommen wir jetzt aber mal zum Büro, was aber nicht nur ein Büro ist, sondern da gehört auch noch ein bisschen Bibliothek dazu. Und das Ganze lässt sich natürlich integrieren in dieses ganze Ensemble, was wir jetzt ja seit kurzem wieder neu aufgelegt haben. Da unten links sehen wir schon, das ist der geheime Eingang zum Dumbledores Büro. Da muss man ja, glaube ich, mit so einem Passwort durch. Ansonsten kommt man da gar nicht rein. Ja, ansonsten sehen wir hier und da Verbindungsmöglichkeiten, weil wir können es, wir sehen es nachher am Ende auch nochmal, entsprechend wieder umbauen. Also die Stockwerke und auch Teile dieser Stockwerke anders gruppieren und das Ganze ja dann eben, ich erwähnte es ja schon, mit dem Rest verbinden und daraus ein immer wieder größeres Hogwarts bauen. Was wir da so an Mauerwerk sehen, was da so ein bisschen an den Wanden raussticht, das sind eben Aufkleber. Ja, und typisch eben diese kleinen Türmchen am großen Türmchen. Das haben wir ja dann doch auch schon bei den anderen Sets gehabt. Das fügt sich da ganz gut ein. So, wir sehen vorn und hinten. Da drin ist dann natürlich auch ein bisschen was von Dumbledores Büro und unten die Bibliothek. Nochmal festklicken, damit es mir nicht auseinanderfällt. Aber das soll ja so, damit man es umbauen kann. Und die Seiten sahen wir schon, die können wir zuklappen. Zwar nicht komplett, aber doch immerhin auf die Ecke rauf. Da sehen wir einen einsamen Stuhl mit Pult, wo man dann arbeiten könnte. Ein Lämpchen da in der Bibliothek. Dann kommt die Bibliothek selber, einige namenlose Bücher, aber zwei, die besonders, im wahrsten Sinne des Wortes, rausstechen. Die können wir nämlich auch rausfahren. Das ist eigentlich wirklich ein netter Gag. Hier sehen wir schon, da können wir sie wieder reinstecken. Und wenn wir hinten dann am Efeu drücken, dann springen uns die beiden Bücher entgegen. Da springen sie. Naja, also sie kommen einfach raus. Das kommt ja auch im Film so ähnlich raus. Sagen wir mal so, die Special Effects beim Film waren dann doch noch ein bisschen anders. Aber hier sehen wir, das ist jetzt nicht Raketentechnik, wie wir haben. Da haben, sondern da wird einfach nur gedrückt. Und dann kommt es auf der anderen Seite raus. Die hängen dann da an der Klammer dran. Das heißt, die Bücher kann man auch rausnehmen. Und dann können wir uns auch angucken, um welche es sich denn da handelt. Da haben wir erstmal nicht den neuen Simmel, sondern das schreiende Buch. Ja, da sieht man dieses Gesicht, was hier immerhin wirklich so als Minifigurenkopf dargestellt ist. Das fand ich ganz lustig. Und das ist von Nicolas Flamel. Glaube ich, das ist sozusagen die Wikipedia, die ausgedruckte Wikipedia-Seite, die wir da hatten. Und dann gucken wir ein bisschen weiter. Da ist noch so ein Schokofrosch, der da sitzt. Und hier auch nochmal wieder aufklappen. Und dann haben wir da wieder so ein Pult, dass man auch so ein bisschen kippen kann. Ja, und ein Lämpchen. Da ist der Schokofrosch da oben. Dann können wir mal weitergehen. Eine kleine Absperrung da. Jetzt kommen wir in Dumbledores Büro. Da fragt man sich, warum? Na gut, fragen wir uns mal gleich. Da haben wir erstmal einen entsprechenden Hut da unten. Wir sehen Bücher. Wir sehen da ein Lämpchen und Tickenturen. Ein Aufkleber da unten. Und hier das kleine Vögelchen. Das ist der Phönix, wenn er sozusagen wiedergeboren wurde. Also als kleiner Phönix, nachdem er sich ja dann im wahrsten Sinne des Wortes Rauch aufgelöst hat. Also da haben wir dann den Forks. Ja, ich wackele noch ein bisschen mit der Kamera, bis wir oben beim Denktarium angekommen sind. Ja, da kann man jetzt nicht wirklich die Gedanken rausziehen. Da hätte auch ein Taufbecken sein können. Und dann haben wir noch das Schwert von Gryffindor da oben. Und dann war es das allerdings auch schon. Also viel mehr ist da nicht. Das ist, ja, auch hier kann man wahrscheinlich sagen, nett. Also ich finde es nicht, also ich finde, da fehlen mir wieder so die ganz coolen Gags an der Geschichte. Es ist so das, was man erwartet bei diesem Häuschen. Hier sehen wir jetzt nochmal, wie wir es zusammenklappen können oder auseinandernehmen können. Aber es ist dann auch, ja, das mit den Büchern ist auch nett. Aber es ist jetzt auch, ich sage ja, also nichts, wo man jetzt wirklich da mit einem großen Ah sitzt. Deswegen, es bleibt bei mir so, dass, und damit sind wir jetzt ja auch eigentlich durch mit den Juni-Neuheiten, viele interessante, nette Minifiguren dabei sind. Ein bisschen auch was Nettes an Gebäuden, aber viel Erwartbares, Ordentliches, aber nicht Begeisterndes sich dann dabei da drin tummelt. Und dazu gehört auch Dumbledores Büro. Was natürlich für alle, die das große Hogwarts, was ich sicher aus dem Ganzen dann zusammenstecken wollen, dann irgendwie ein Selbstgänger ist. Und dann muss man vielleicht gucken, bevor hier irgendwelche Preiserhöhungen kommen, dass man dann nochmal zuschlägt. Aber, ja, nur so alleine, glaube ich, kommt man da gar nicht so auf die Idee. So, jetzt nutzen wir nochmal meine Nahkamera und sehen, dass sie auch aus ganz großer Nähe nicht immer alles scharf stellt. Ja, da kommen wir aber dann zumindest noch zu einer scharfen Spitze. Das, da sehen wir dann diese, das hatten wir allerdings auch schon vorher mal, hier diese vier Stangen, die da dann aus der Spitze rausgucken. Wir wackeln uns da einmal durchs Gebäude, sitzen einfach mal quasi gefühlt beim Dumbledore auf dem Schoß. Da ist dann der Brief und Federkiel und, ja, also, ich sage ja, es ist okay. Die Bücher sind mir fast einen Tick zu bunt. Das war irgendwie sehr ungewöhnlich. Und, ja, der sprechende Hut, den hatten wir natürlich auch schon vorher. Mit dem kleinen Vögelchen, das finde ich witzig. Da hätte man vielleicht auch noch eine Szene, vielleicht ist die dann auch zu brutal, wie der große Phönix sich dann sozusagen in Feuer auflöst. Da hätte man natürlich auch noch so einen Gag da einbauen können. Der fehlt, ja, vielleicht zum Schutze der Kinder, weil es ist ein 8-Plus-Set, um das es sich hier handelt. Ja, und mit diesen schönen verwackelten Bildern vom Schwert von Gryffindor kommen wir dann nochmal mit einem Blick auch auf die Bibliothek. Da geht es jetzt hinauf, mit nochmal ins Büro, hinein in die Anleitung. Apropos hinein, bevor wir da reingehen natürlich, bitte Losungswort sagen und den Greif einmal rausgedrückt. Ja, da ist er, ist ein Aufkleber. Das sah man vielleicht ja am Anfang, das ist der Große von denen. Ja, und das ist die Anleitung in der neuen, hellen, weißen Stilrichtung. Wir bauen dann Stockwerk für Stockwerk, fangen allerdings mal witzigerweise nicht unten an, also der untere Teil kommt am Ende und kriegen immer mal so Mini-Figürchen, was wir dann dazu bauen können. Unten sehen wir dann auch wieder das Laufband, wo wir erkennen können, wie weit wir da so sind. Und wie ich schon erwähnte, natürlich bei unter 700 Teilen ist man da jetzt nicht viele Abende mit beschäftigt. Aber mehr Beschäftigung hat man natürlich, wenn man alle Sets für viel, viel Geld kauft und sich dann so ein Hogwarts langsam nach und nach zusammensteckt. Und mal sehen, wie viel da ja vielleicht auch noch kommt und was man da vielleicht noch dazu packen kann. Ach guck, alle Aufkleber verbaut, haben alle richtig gemacht. Jo, das war's. Ich kann noch die Maße nachliefern. 39 Zentimeter nämlich hoch in diesem Baustil zumindest. 19 Zentimeter breit und 9 Zentimeter tief. Und ich bleib dabei. Schöne Mini-Figuren. Auch mal was Exklusives wieder dabei. Nett, das Büro mit auch der Bibliothek. Kann man jetzt, finde ich, auch nicht sagen, dass das jetzt ein völliger Reinfall ist. Aber es ist sehr teuer weiterhin. Harry Potter war gefühlt mal billiger. Aber vielleicht ist auch mein Gefühl da falsch. Und mir fehlen einfach vielleicht so der letzte Kniff und der letzte Gag, den ich irgendwie bei anderen Sets dann doch schon in den letzten Jahren bei Harry Potter hatte. Aber was sagt ihr denn dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen und hören uns hoffentlich bald wieder. Vielen Dank an Lego für das Rezensionsexemplar. Das war's erstmal mit Harry Potter. Jetzt kommen weitere andere Sets. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.